Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu dem Kanal auf dem ich in Schweden gekaufte Süßigkeiten probiere. Heute... Keks! Keks! Ein Keks! Ich find's irgendwie lustig. Ja, wahrscheinlich bin ich die Einzige, die das lustig findet, dass die Schokolade einfach Keks heißt. Mit so einem X. Keks. Wie Keks, aber irgendwie Keks. Schokolade. Sag mal, halte ich sie überhaupt richtig rum? Gott. Ernsthaft? Hä, wieso ist das richtig rum in der Kamera? Das ist doch verkehrt rum. Das macht ja gar keinen Sinn. Das war... Oh Gott. Moment mal. Das ist ja abgefahren. Aha. Ja, gut. Also Keks. Nochmal. Gott, das ist ja bekloppt. Tut mir leid. Ihr denkt wahrscheinlich, ich bin total bescheuert, aber vielleicht bin ich auch einfach überarbeitet. So, also... Das sieht von der Verpackung her schon so aus wie ein Waffel... Waffel-Schoko-Ding. Jetzt mach ich das mal auf. Und tadaa! Tatsächlich Schokolade. Ich kann nicht so überrascht tun, weil ich hab's schon gegessen. Also... Das ist leider... Ja, und dann gibt's dann halt so... So Waffelchen. Die kann man so abmachen. Oder auch nicht. Ähm... Und... Milch-Schokolade. Sehr... Sehr lecker riechend. Mmh... Toll! Ja. Dünne, knusprige Waffelchen. Mit Schokolade überzogen. Drin. Nougat-Creme. Sehr lecker. Das kann ich echt empfehlen. Nicht so teuer wie der andere... wie der ganze Rest. Ähm... Ja. Gut. Ich weiß nicht. Vielleicht kennt ihr das schon. Vielleicht nicht. Vielleicht wollt ihr's probieren? Dann bitte... Äh... Einfach mal kurz Bescheid sagen. Keks. Julia. Gut. Ähm... Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles, alles, alles Liebe. Ich hoffe, ihr seid nicht gestört durch diesen ganzen Lärm, der da draußen vor sich geht, weil ich nicht... äh... das Fenster zugemacht habe. Und ähm... Genau. Äh... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.